Oh mein Gott, hier sind wir jetzt wieder. Ich habe circa 10 Minuten gebraucht, weil ich das ja alles schon auswendig kenne. Richtig. Sollte es auch anders sein, du blödes Piepsgeräusch. Kannst mir ein Blumen. Mitte und nochmal in der Mitte. Also hier lang. Und Ende. So. Ich habe meine neue Technik ausprobieren und einfach durchrushen. Einfach durchrushen und hinten aufs Ding jetzt draufspringen. Auf diesen Schalter. Ich glaube zu kommen, dass es klappt. Aber wenn, dann spare ich mir eine ganze Menge an Ärger. Oder ich mache es einfach so, wie man es machen soll. Ach, nehm ich doch. Ach, da kann man nicht durchrushen. Hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich anders gemacht. Gut. Dann machen wir ihn so, wie man ihn machen muss. Erstmal den kleinen killen. Das ist unglaublich. Also, so ein abtönendes Spiel habe ich lange nicht mehr erlebt. Das macht echt keinen Spaß mehr. Ohne Witz. Kommen wir einfach zum Ende dazu. Mir macht es zumindest keinen Spaß. Also, das ist echt schrecklich. So, ein doofes Spiel. Schrecklich. Oh. Mitte. Meine Güte, ey. Jetzt muss ich noch mal liegen. Das kann doch nicht angehen. Mario. Und das fünfte Mal, dass wir ihn kacki sehen, ey. Das ist so, so doof, irgendwie so bescheuert. Erstmal den kleinen Witz platt machen. Den können wir mit Schildkrötenpanzern umnieten. Oh Mann, oh. Wir müssen ernsthaft den kleinen erstmal platt machen. Sonst hätte ich den schon... Nein. Oh nein. So dumm kann auch nur ich sein und auch noch in die Richtung springen. Ach, verdammt. Der hätte sitzen müssen. Also, der ist down. Der dreht jetzt voll durch, weil ich seinen Sohn gekillt habe. Das ist mir ziemlich vain. Alter. Gut, das wäre meine Chance gewesen. Das wäre auch meine Chance gewesen. Du verfickter Nutten. Ich finde keine Worte dafür. Ich habe eine Idee. Wir holen uns Items. Auch wenn das jetzt lackt. Das müsst ihr euch jetzt mal antun. Komm, Bruder. Verpiss dich. Es muss doch irgendwo... Hier gibt es halt das. Jupp. Möchte ich bezahlen. Bitte eine Blume oder irgendwas. Kann doch nicht rein, ey. Ja, natürlich möchte ich speichern. Bin ich dumm? Oh, ich glaube, ich verliere den Safe Point. Ich verliere den Middle Point. Den Middle Way Point verliere ich, glaube ich. Und dann muss ich es noch mal sp... Warum denn ein Pilz? Ich bezahle fünf große Münzen. Ach, ich bin mich... Ich bin... Ich komme am Ende dazu. Kommen wir einfach am Ende dazu. Blubble... Blub... Boing, 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 boing. Milloy, boing, Milloy Point, Milloy... Tatsächlich. Milloy Point, genial. Haben wir nicht verloren. Gut, das ist gut. Weil wir kein anderes Level betreten haben. Das ist sehr schön. Das freut mich. Das ist herrlich. Damit können wir den kleinen sogar abschließen, wenn ich jetzt nicht draufgehe. Und er sollte... Oh Gott. Meine Pumpe ist am Arsch. Richtig. Wieso bin ich dann oben lang gegangen? Ich meine, ich bin doch... Nicht bescheuert. Ey, ihr glaubt nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das alles hinbekomme mit diesen Jumps und Mumps. Aber ich bin einfach so aufgeregt, dass ich ein bisschen Skill vorgaukeln kann. Gaukeln. Was für ein Wort. So. Spaß, die Bowser. Jetzt kriegt ihr aber auch Small. Verdammte Part 20 hier. Mein lieber Schoan. Okay, Lidl ist down. Den können wir auch abballern. Zum Glück. Ist aber nicht da nicht früher draufgekommen. Wieso bin ich da nicht früher draufgekommen? Kann ich ihn bieten? Kann ich ihn... Bully, beat down. Bully. Ich weiß, dass es luckt, aber ich kann nix dafür. Alter. Die Blauen verfolgen so ein bisschen. Ich hab ihn gekillt. Ohne das Ding hier zu benutzen. Egal. Ich hab's jetzt benutzt und gut ist. Es muss vorbei sein. Es muss. Versteht ihr? Es muss. Danke. Fresse. Oh mein Gott. Es ist wirklich vorbei. Wie geil. So, jetzt mein Statement. Jetzt passt mal auf, ja? Es hat eigentlich wirklich Spaß gemacht. Ich würd's eigentlich gern wieder spielen. Nur die letzten... Die letzten... Zwei... Level... Waren echt... Zum Kotzen. Ich werde dieses Spiel nochmal spielen, aber... Nicht um die letzten zwei Level zu spielen, garantiert nicht. Ich möchte mich auch echt dafür entschuldigen. Ich war ein bisschen aggressiv am Ende. Aber guckt's euch an, wie lange hab ich dafür gebraucht. Drei Parts oder so. Für einen so'n Kackscheiß. Naja. Ich will euch jetzt hier nicht die Credits versauen oder so. Ich wollt nur mal dazu was gesagt haben. Alter, war das schrecklich. Das war echt für'n Arsch. Schrecklich, schrecklich, ey. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Oh mein, kann ich jetzt pennen gehen. Och ja. Und denk nicht, dass meine Displays... ... weniger interessant werden. Ich werd nur nicht so viel rumschreien, glaub ich. Was heißt schreien? Ich habe mich eigentlich ja relativ anstellen können. Schließlich hätte ich die ganze Nachbarschaft aufgeweckt. Naja, ich muss jetzt echt pennen gehen gleich. Okay, jetzt müssen wir mal zu Ende gehen jetzt. Naja, ich packe jetzt mein Headset weg, werde den Rest halt noch aufnehmen und dann sehen wir uns am nächsten Let's Play. Okay, euer Dab. Mit nicht so viel Aggression beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.